Ja, die Saison lief für uns eigentlich recht positiv. Wir haben die ersten Spiele gleich gewonnen, haben dann auch eine gute Hallensaison gespielt, sind wieder Kreismeister geworden in der Halle und haben eigentlich die ganze Saison kein Spiel verloren und ist auch gedankt unserem guten oder großen Kader. Und ja, was soll ich sagen. Heute hat man wieder gesehen, alle Spieler waren da, wir könnten gar nicht alle einwechseln. Ja, also eigentlich alles gut vor uns zur Zeit. Ja, ich wollte nochmal bei den Jungs auch bedanken, dass wir eine so gute Saison gespielt haben dieses Jahr und auch im letzten Jahr ungeschlagen geblieben und das ist eine super Mannschaftsleistung, auf die können wir auch und wollen nächstes Jahr natürlich wieder voll angreifen. Dankeschön. Eine wunderbare Saison, trotz des großen Kaders, bei dem nicht immer alle spielen konnten, weil nur fünf Einwechselspieler erlaubt sind, war die Gemeinschaft trotzdem ungebrochen und hat bis zum Schluss gehalten. Das war das Schönste an dieser Saison.